Es ist kurz nach 13 Uhr hier in Austin. Gleich schalten die Ampeln auf grün, was nichts anderes bedeutet, als dass das Qualifying für den großen Preis von Amerika auf dem Circuit of the Americas angefangen hat. Es ist Freitagmorgen hier in Texas und wir warten darauf, dass die grünen Ampeln den Start eines nassen Trainings ankündigen. Die Teams werden hart daran arbeiten, um die Leistung wie möglich aus den Autos herauszukitzen. Austin ist eine relativ neue Strecke im Rennkalender. Es gab bislang nur wenige Gewinner, also konnte noch niemand der Strecke seinen Stempel wirklich aufdrücken. Es gibt also keinen Fahrer, der hier garantiert dominieren wird. In diesem Jahr gibt es so viele Fahrer, die es im heutigen Qualifying auf die Pole Position schaffen könnten, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 4 oder 5 von ihnen werden könnte. Es bleibt also spannend. Dass das Qualifying hier in Austin verbuggt ist, kennen wir aus den Meisterschaftssaisons. Und damit begrüße ich recht herzlich zurück zur Letzt Play Formel 1 2015 bei der Bianchi-Saison. Also irgendwie ist hier jedes Mal dieses, ja, dieses Qualifying so richtig verbuggt. Man merkt das immer so richtig. Hier sollten wir auch nicht vorsimulieren diese 18 Minuten, weil ich aber schon nicht machen, sondern wieder mal eine schöne Partei. Da ist die Deutschlandflagge! Jawoll! Da sind Vettel- oder Rostberg-Fans. Da müssen wir mal hingengrüßen. Na, mal hingengrüßt. Das Zweck haben wir schon erledigt. Und welches Zweck auch wieder erledigt ist, mein Teamkollege ist vor mir. Ja, super! Nee, oder davor ist noch ein Hülkenberg. Ja, super! Ja, Herr Wetter, mein Teamkollege lässt mich zu Glück schon mal vorbei. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfreund entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Gut, Herr Wetter, was hat nämlich gesagt? Nass! Und ich sehe hier leider keine Nässe. Und da bin ich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen froh drüber. Ja, wir hatten schon genug Themen eigentlich im Training angesprochen. Trotzdem, ja, wir könnten kurz noch mal so ein paar Themen ansprechen. Beziehungsweise, was habe ich angesprochen? Das wäre mal viel, viel interessanter, weil das Training schauen, ja, eigentlich die wenigsten. Obwohl, ich glaube, die, die das Training schauen, schauen auch das Qualifying. Aber jetzt bezüglich... So, haben wir damit ein Geschwafel jetzt auch erledigt? So, danke, Chef. Ähm, ich habe mir jetzt zu folgendes überlegt. Ich werde jetzt diese Bianchi-Saison in den nächsten... Wir haben das sicherlich schon ausgehende neun Tagen beenden. Dann bleiben mir, glaube ich, noch acht Rennen übrig bezüglich... Pass auf, last to first. Da sind wir bei Italien und ich glaube, es sind nur noch acht Rennen. Das bedeutet, acht Parts. Sprich, ihr werdet eigentlich nur noch 17 Folgen Formel 1 2015 auf diesem Kanal sehen. Obwohl, 20, weil ich brauche ja noch ein Hockenheim-Rennen fahren. Das stimmt, das erinnere ich mich wieder. Da war mal was. Ich habe mit dem Team auch schon überlegt, es wird... Ich glaube, ich schwinge mich mal in den McLaren. Weil bei den McLaren werden wir dann Unterschied sehen zwischen dem Mercedes-Motor und dem Honda-Motor. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das wäre auch mal interessant. Also, ich habe mir den McLaren so ein bisschen ausgesucht als Auto. Da könnten wir um vielleicht Punkte mitfahren oder den Forst India. Da könnten wir vielleicht überholen. Da bin ich mir sehr unschlüssig, welches Auto ich da nehmen soll. Oh, den Torosso. Das ist aber quasi als Daniel Queer da, um ein schönes Rennhocharbeiten. Schwierig. Nicht einfach zu entscheiden diesbezüglich. Also, es wären dann 20 Parts. Also, das ist, wenn ich jetzt mal richtig ausgerechnet habe, 20 Parts. Das ist dann wirklich nicht mehr lange. Ich glaube, es sind noch knappe 30 Tage zum Release von F1 2016. Sprich, dieser Kanal kommt eigentlich 10 Tage ohne Formel 1 2015 aus. Ich habe euch aber natürlich ein Übergangsprojekt versprochen. Und ich habe euch auch schon erzählt, dass ich das so ein bisschen... ... ... ... ... ... ... Das ist jetzt gerne mit Dirt Valley, was ja immer noch nicht läuft. Und, ähm... ...DTM Experian 2015. Da arbeite ich mich wieder so ein bisschen ein in die DTM-Thematik. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Dass ich euch da ein bisschen nochmal was der Welt der DTM berichten kann. Weil das ist halt wieder so was Schönes. Und dann hat... ... dann habt ihr eigentlich zum Start von F1 2016 DTM Experience. Vermutlich. Weil ich habe das Gefühl, dass ich Dirt Valley nach... ... ... ... ... ... ... ... sein. Und das kann, das wäre dann interessant, finde ich, da einfach mal den Quervergleich zu sehen und ich tut in dem Kanalnamen auch gerecht mit DTM Endf1 und ich denke mal, dann ist da wieder was für jeden dabei. Dann ist es auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung auf dem Kanal, also deswegen, der Duelli ist, es ist kein Spiel, was mir keinen Spaß macht, um Gottes Willen, das Spiel macht Spaß, aber, ich sag mal so, auch das Spiel ist nach über 100 Folgen eigentlich nicht mehr interessant, weil sich die Schrecken jedes Mal wiederholen, vielleicht werde ich dann nochmal, ich habe mir das so überlegt, dass ich mir vielleicht nochmal die anderen Wagen mir angucke, klar, im Livestream wird das Spiel immer noch kommen, keine Frage, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass Duelli auf jeden Fall in den Livestreams bleibt, das hat sich auch bewährt, genauso wie Rocket League sich zum Beispiel bewährt hat, Project Gas habe ich eigentlich auch mal wieder vorzubringen, da muss ich auch mal schauen, apropos Livestreams, habe ich diesen Monat noch gar nicht gemacht, fängt mir mal gerade so auf, also dieser Monat ist eigentlich noch fällig, eigentlich ist der Sonntag, diesen Sonntag oder der 31. fällig, bevor wir dann wirklich dann im August mit dem, ja vermutlich 16er Streamen dann beginnen, weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich das mache, weil dann kommt natürlich auch wieder diese Bullenhitze dazu, die momentan wieder so ein bisschen herrscht, bei mir jetzt übrigens bis Donnerstag, da muss ich dann auch mal schauen, äh, Rosberg und Hamilton, was ist los mit euch? Also, dass ich hier auf der 1 gehe, erwarte ich nicht, ja, nur mal so als kleine Randnotiz, also ich habe eigentlich vor, auch gut, also ich habe eigentlich noch vor, zwei Streams auf jeden Fall zu bringen, bevor wir dann mit, ähm, F1 2000 und 16 Skaten streamen, wir liegen wieder viel weiter vorn, als wir erwartet hatten, alles fertig, wir sind bereit. Jo, gut, also das ist so momentan mein kleiner Plan, den ich mir so schmiede, den ich dann wieder in zwei Tagen eben aufwerfe, vermutlich. Das ist momentan auch so ein bisschen mein Problem, ist mir aufgefallen, ich werfe gerne Pläne dann wieder über den Haufen, ja, die ich angefangen habe, ich weiß nicht warum, ich weiß momentan echt nicht warum. Klar, die Diskussionsvideos, zum Beispiel, wenn sie es einem natürlich denken, wieso kam da jetzt eigentlich nichts, das Silber, sondern das Studium beendet, nein, krankheitsbedingt, genauso wie ich auch wieder so eine Vorschau mache, zum, ähm, großen Preis von Ungarn, klar, ich habe jetzt euch so ein kleines bisschen die Vorschau gegeben, aber das sind wir dann wieder auf, ähm, die Reifensituation ansprechen, wer hat wie viele Reifensätze, wie sieht es aus, wie, die, 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 mein Tipp für die besten Szenen, weil ich fand das vom Schema her gar nicht so schlecht aufgebaut. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Und da könnt ihr natürlich dann auch gerne mitmachen. Die Community ist immer gerne angesprochen, oder fühlt sich von mir angesprochen, um ganz einfach da mitzumachen. Und Hamilton, wo bist du eigentlich? Ich vermisse dich auf den vorderen vier Positionen. Der Bianchi-Tot, übrigens, noch mal so als kleine Randnotice, ist mittlerweile ein Jahr her. So, da, wo er im Krankenhaus verstorben ist, das ist mittlerweile ein Jahr her. Für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das ist echt schon ein Jahr her. Und das Jahr ist in meinen Augen auch gigant wie ein Weltmeister. Spielskunden wurde ich auch mal gefragt. Bei dem Spiel sind wir mittlerweile über 500. im Vergleich zu Rocket League, ich glaube, da habe ich gerade mal 40. 40 Stunden Rocket League und bei DTM XP in 2015. Ich habe eigentlich vor, eine Saison zu bringen. Eine. Beim Vorgänger habe ich zwei gebracht. Beim Vorgänger habe ich zwei gebracht. Also bei 2014 habe ich zwei gebracht. Bei 2015 habe ich eigentlich vor, eines zu bringen. Und zwar mit dem Auto von Pascal Wehrlein. Weil der ist ja dann das 2016 ja rüber gewechselt zur Formel 1. Genauso wie erste Bahnokong, da er ja momentan sehr auf der Liste geht bei Mercedes. Die wollen ihn ja auch noch in die Formel 1 schnellstmöglich bringen. Weil er natürlich auch verstehen kann. Das war schlecht. Durchfahren. Da muss ich dann ganz schnell die Lenkung aufmachen. Das hat Zeit gekostet. Aber nicht viel, okay. Was ich auch an F1 2016 schön finde, ihr seht einfach unten rechts, wie viel Gas ich geben kann. Und vor allem auch die Bremse. Das wird, glaube ich, die interessanteste Neuerung oder die größte Neuerung für euch zum Beispiel sein. Wie viel Gas ich geben kann mit dem Lenkrad. Und wie ich gar nicht zum Beispiel auf der Bremse stehen kann. Bin ich sehr gespannt. Unterstützte Lenkräder diesbezüglich zu F1 2016 habe ich noch nicht wahrgenommen. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Lenkrad trotzdem unterstützt wird. Also es würde mich schon wundern, wenn nicht mehr. Okay, dafür war jetzt der Mitte Teil besser durchfahren. Schlusssektor. Man soll hier immer weit ausholen. Das war auch nicht sauber. Da lässt er auf jeden Fall 10. liegen. F1 2016, da muss ich mich mit Köstchen noch zusammensetzen. Da habe ich eigentlich aber auch vor, was zu geplant. Und der Geist hat auch schon eine Idee in meinem Kopf. Zeit verloren. Nein! Ich habe ein paar Zehnte noch mal gefunden. Aber zwei Zehnte gerade im Mittelsektor. Im ersten Sektor ganz klar. die ersten Kurven waren nicht sauber. Da brauche ich gar nicht diskutieren hier. Diese schnellen Linkskurven. Die auch so ein bisschen die Maggots und Baggots erinnern sollen. Wopala! Erinnern sollen. Okay, ich habe mir gedacht, das ist hier Kies. Okay. Sehen die mich so ein bisschen wie Kies aus? Das ist ja auch kein Kies, oder was? Ah doch, das ist Kies. Alles klar. Und mal interessant, oder? Wo ist Kies? Wo ist kein Kies? Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Jetzt habe ich den leicht den Faden verloren. Also wir haben noch ein bisschen mehr als fünf Minuten. deswegen schaue ich nochmal ach, den neuen Asphalt habe ich noch gar nicht angesprochen. In Ungarn so wirklich. Stimmt. Ungarn, neuer Asphalt und wir haben vor allem den Softreifen oder der Supersoft. Ich glaube, der Supersoft kommt zum Einsatz. Wenn man jetzt gar nicht so sieht, ob der Supersoft zum Einsatz kommt, weil durch die schnellen Kurven geht das sehr auf die Vorderräder. Aber ich glaube, es ist der Supersoft zum Einsatz kommt. Ich glaube, es war letztes Jahr der Soft und der Medium. Also müsste der Supersoft zum Einsatz kommen. Und da könnten wir einen neuen Qualified-Rekord auf jeden Fall sehen. Wahrscheinlich wieder so zwei Sekunden schneller als im Vorjahr. Das sieht man auch so ein bisschen, wie schnell sich die Autos innerhalb von einem Jahr entwickeln. Bei zwei Sekunden, das ist viel. Ja, in der Formel 1 ist das... Ja, man spricht ja immer von halbe Sekunde ist in der Welt, aber zwei Sekunden innerhalb von einem Jahr schneller, das ist schon ja nicht übel. Und da wird das Reklamor von 2017 wahrscheinlich noch dazu beitragen, dass wir auf jeder Rennstrecke wahrscheinlich neue Rundenrekorde sehen. Also, die Geschwindigkeit wird zwar immer höher, aber man merkt so ein bisschen, dass vielleicht auch die Fernsehtechnik nicht mehr so weit ist, dass es wirklich schnell aussieht. Das diskutieren ja auch viele. Ja, die Formel 1 sieht halt nicht schnell aus. Und es könnte unterschiedliche Gründe haben, klar. Aber es ist auch so ein bisschen... Aber das ist nicht nur mein Empfinden so, das ist von vielen das empfinden, dass da irgendwie die Formel 1 nicht so wirklich schnell aussieht. Fahr ich nochmal... Fahr ich nochmal... Eigentlich... Ja, eigentlich brauche ich keinen frischen Satz mit mir aufsparen. Acht Prozent ist allerdings viel. Acht Prozent ist viel. Noch mal ein Kilo weniger. Bereit? Jo. Aber immer doch, Chef. Wenn ich jetzt den Renn-Tipp abgeben müsste, ich würde die ersten drei genauso tippen wie in Silveston. Funkspruch. Das ist ja auch noch so ein beliebtes Thema momentan in der Formel 1. Funkspruch- Geschichten bezüglich Nico Rosberg und Silveston. Was darf der Renningenieur dem Fahrer mitteilen und was ist verboten? Was heißt erheblich? Alles klar. Dass das Wetter trocken bleiben soll, das ist eine gute Antwort, Chef. Wie gesagt, das wünsche ich mir nicht auch, dass das erweitert wird. Ich bin gar nicht so sehr groß fixiert, worauf sich vielleicht einige freuen, wie zum Beispiel das, dass man quasi wie man das im Trailer gesehen hat, diese, wie soll ich das sagen, große Raum, wo quasi der Mechaniker steht, der Teamchef steht, wo man sich quasi frei bewegen kann. Da bin ich gar nicht so sehr scharf drauf, muss ich fairerweise sagen. Mich interessiert eigentlich mehr, wie sie das umgesetzt haben, wie sie die Einführungsrunde umgesetzt haben. Haben sie auch die sogenannte Outlet mit bedacht. Das ist auch so etwas. Also mich interessiert nicht so wirklich sehr das außen herum, wo vielleicht einige von euch so extrem gehypt sind, sondern mich interessiert ganz einfach was auf der Strecke passiert. Das interessiert mich einfach viel, viel mehr. Wie ist das Video der Safety Ka umgesetzt? Wann kommt das Safety Ka raus? Gibt es nur rote Flagge? Kommt die überhaupt zum Einsatz? Wie ist das Wetter System? Wie entwickeln sich die Reifen? Wie ist die KI? Das interessiert mich zum Beispiel viel, viel mehr als diese XP points, die man sammeln kann, das Auto weiter zu entwickeln. Das ist für mich ein nettes Feature, was ich nicht so wirklich brauche. Ich vermisse es einfach nicht in den Formel 1 Teilen, da wir das wirklich nur einmal hatten. Das war in F1 2011 so angedeutet mit diesem einen Raum, wo wir quasi unsere E-Mails abrufen können. Aber ich habe das eigentlich nie vermisst. Was ich wird hier am meisten vermisst und auch zu Recht in meinen Augen. Aber wirklich diese Geschichte, dass man sein Auto weiterentwickeln kann, da bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich scharf drauf. Weil da muss man sich mit den einzelnen Komponenten wahrscheinlich gefasst machen. Und dann kommt die Frage, ist es optional, ist es nicht optional. Das finde ich das schwierigste eigentlich für Codemasters Sache. Eigentlich müssten sie wirklich alles optional machen. Weil für wirkliche Anfänger ist das zu kompliziert. Das ist abschreckend. Und die Hardcore-Fans sagen ja endlich wurden wir mal erhört. Und ob die Hardcore-Fans wirklich die neuen Zocker denken. Das geht auch noch auf so ein Papier. Zum Beispiel für mich Virtuell Safety er braucht man das? Das frage ich mich so nur eingebaut wegen dem Bianchi Unfall damals. Deswegen gibt es das virtuelle Safety car. Und es macht ja nichts anderes als was ich mir bei Codemasters vorstellen könnte. Damit die Ausfälle auf der Schreck bleiben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. weil hier zum Beispiel in F1 2015 sind die Ausfälle wirklich so das ist ein Ghostcar und dann ist das Auto weg. ist das Spiel dann so weit dass man wirklich die Mechaniker zum Beispiel sieht wie sie zum Auto hin laufen und dann quasi das Auto weg schleppen bezweifelt allerdings. Ich denke man wird das wieder mit dem Ghostcar hantieren dass wir das was das quasi wieder so sein wird Ghostcars werden nicht verschwinden auch nicht im Multiplayer da bin ich mir relativ sicher aber dafür brauchst du eigentlich nur das Virtual Safety car weil die Abstände während des Rennens bleiben gleich aber ich denke auch dass man mit dem Virtual Safety ein bisschen taktieren kann das hat ja Rosberg letztes Jahr hier ganz ganz großartig gezeigt denn irgendwann heißt es ja Safety Car oder wieder Safety Car Ending und ich kann mir dann durchaus vorstellen wenn du das dann diese Anweisung bekommst dass du dann nicht mehr diese Zeit einhält die du halt in den Sektoren Zeiten fahren musst ist auch so eine Sache wie wird mir das angezeigt kriege das auf dem Bündchen aufgeplappt mit den Sektoren Zeiten die ich fahren darf kriege ich dann oben rechts quasi angezeigt okay so und so viele Sekunden laufen gerade ab oder muss ich das wirklich nach Gefühl fahren und das meine ich mit Umsetzung das wird interessant scheiße ich will jetzt eigentlich nicht nochmal eine Runde fahren scheiße ja passt schon ich will eigentlich die Boxen rass abwiegen das ist wenn man sich so ein bisschen verquatscht hat ja wie gesagt ich bin am meisten auf die Umsetzung gespannt und das wird auch vieles entscheiden ob das Spiel gut oder schlecht ist ich auch ich kann es auch kaum erwarten das zu sehen und ihr wahrscheinlich auch also auf einer Strecke wo ich eigentlich sehr große Probleme habe hole ich auf expert in dem manor oder die position raus wo ist da der fehler genau der fehler liegt bei rostberg und hamilton die haben die einfach nicht geschafft sich von den beiden wordpress zu qualifizieren der sagt das schon mal alles aus position vor fettel und riquial oder rostberg bortus und hamilton die märz werden aber so viel druck ausüben dass ich dann nach hinten mich orientieren darf also siebter master auf der dreieck und auf der 9 und button auf der 10 also keine überraschung in den top 10 nö nicht wirklich ich bedanke mich fürs zusehen wenn es euch gefallen gibt der folge einen daumen nach oben schreibt einen kommentar und wir